Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Extinction mit Maeve. Yeah, boin. Hallo. Ja, und wir haben uns diese Folge vorgenommen, die Bienenkönigin zu tamen. Endlich mal. Wir haben das gerade schon, ja, ich offline gemacht, aber Maeve streamt nebenbei und hat das schon im Stream gemacht gerade. Und da habe ich gedacht, hey, das wäre eigentlich voll die coole Folge gewesen. Und jetzt machen wir es einfach nochmal. Quasi für YouTube. Und ja, es wird jetzt so ablaufen, wir werden den Bienenstock beschießen. Und es werden, ich glaube, drei Wellen an Bienen rauskommen, die wir natürlich plätten müssen. Und dann irgendwann zerstören wir den, oder wird der Bienenstock zerstört und dann kommt dann die Bienenkönigin raus. Und die kann man dann einfach passiv mit der seltenen Blume tamen. Ja, so ist die Theorie. Auch natürlich das Bugreppeland. Genau, das Bugreppeland, das esse ich jetzt mal schnell. Und wir müssen hoffen, dass der hier jetzt nicht verwackt ist. Ja, das kann ich sagen. Wir werden jetzt einfach mal Monik klauen, um zu gucken. Kommt keine raus. Scheiße. Ich schieße mal drauf. Ne, der ist verwackt. So wie es aussieht. Wie deine Waffe mehr Damage macht. What? Na klar, ne. Egal, machen wir einfach kaputt. Fliegen weg und gucken nach dem nächsten. Den bei dir oben in der alten Base. Ja. Wie viel hat er noch? Vier, acht, nee, neun. Neun, fünf. Pow, noch einmal, dann wartet. Schade. Ach, da ist ja noch einer hinter. Hä? Ähm. Auch verpackt. Ich nehm den Pt. Ja, ich wollt grad sagen, das ist wohl die Ressourcenverschwendung gerade. Boom. Und noch einer? Ne. Ne. Okay, dann fliegen wir da oben hin. Und gucken, ob der funktioniert. Ich wette, mit dir jetzt funktioniert es natürlich nicht für die Aufnahme. Klar, immer. Immer. Ach, ne. Will ich mal respawn hier? Ne, der nicht. Ne, der noch nicht. Hä, der auch nicht. Hä? Ich hab vielleicht an den Foundations? Eigentlich nicht, oder? Hm. Ich glaub nicht. Oder maybe doch? Maybe doch. Ich hebe's mal auf. Ich flieg nochmal nach unten. Vielleicht ist unten wieder. Ich hebe die mal auf. Weil die wie spawnen irgendwie extrem schnell. Dann hebe ich die in der Zeit mal auf. Hier ist keiner. Dann flieg ich mal ein bisschen rum, guck mal, ob ich einen finde. Gut. Also hier sind auf jeden Fall noch viele weitere, aber die hängen halt alle sehr erhöht. Das bräuchte man. Jetzt hab ich natürlich dieses scheiß Bugrap landgenommen. Ja, ich auch. Ich hab noch überlegt, sollte ich ein paar mehr nehmen? Ja. Also mitnehmen. Ja. Die Frage. Hätt ich mal meine Base hier noch gehabt. Dann reintere ich, wenn wir jetzt direkt einen finden, der funktioniert, dann reicht das von der Zeit. Achso, und apropos. Wie man sieht, also bei mir jetzt, meine Zuschauer sehen jetzt wahrscheinlich, dass hier nicht mehr meine Base ist. Ich bin umgezogen. Das zeige ich dir aber separat in einer anderen Folge. Das hat jetzt hier keinen Platz. So, ist hier einer. Oh, hast du mit der Schneeäule. Mit der Schneeäule kannst du das perfekt mit dem Special Move sehen. Oder mit der Drohne. Ähm, bei 28,3. 28,4. Wenn du diesen Weg nach oben liegst. Okay. Da bin ich ja hier eigentlich gerade. Also quasi, ich glaub, das war an dem See, wo wir zuletzt waren. Weg nach oben. Kommen wir zum Blauen Obelisten. Ja. Da, wo der Wasserfall runterkommt. Ah, hier. Denkst du an der. Ah. Und dann da den Fluss hoch. Ich war hoffen, dass die funktionieren. Mhm. Ah, hier ist noch einer. Mach mal erstmal den. Ah, ja, der ist besser. Hier rennen auch viele Raptoren, glaub ich, rum. Ja, da ist ein Raptor. Und Kompis. Ah, nee, der ist tot. Lol, bitte. Alles gut. Der wurde zerberstet. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ach, Kompi. Ich baue mal. Geh weg. Ich baue mal den Weg ins Glück. Zoomt der. Genauso wie die anderen. Ja, ich, äh. Achso. Ja, dann brauch ich hier gar nicht keine Leiter hochbauen. Warte mal. Kann ich die normale Crossbow. Egal. Ich schieße mal mit ner Dingens drauf. Ja, funktioniert. Ah. Okay. Pau. Okay, das war jetzt noch. Will ich drauf schießen und. Ja, und wieder drauf. Oder willst du drauf schießen und. Ich mach die Bienen weg. Ist mir eigentlich. Wah. Das war daneben. Ich hab sie verfehlt. Noch eine. Das sind noch ein paar. Ja, gut. Uns tun, tun sie jetzt ja eh nichts. Wenn du den Pt auf neutral lässt. Äh, auf passiv lässt. Dann ist das eigentlich nicht so schlimm. Ne, ich will nicht, dass mein Pt angegriffen wird. Ist doch kacke. Ich schieße mal ein paar Mal drauf. Ja, schieße mal drauf und ich. Mach ein bisschen Bienen weg. Mich hitten die trotzdem zwischendurch. Aber nicht so extrem wie sonst. Normalerweise wäre ich jetzt schon tot. Ich bin zehnmal tot. Also zwei, dreimal. Der arme Pt, Mann. Tut mir leid. Der hält das aus. Der 10k live. Meiner hat fünf nur. Wie viel da angeflogen kommen, ne? Das ist echt heavy. Vor allem, wie viel da reinpassen. Voll dieses, äh, so ein Lockobjekt. Aber gut, ich liege einfach hier drunter und... Nein! Nein, 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 nein. Was los? Bist du runtergefallen? Wieso greifen die mich an? Nein, mein Pt! So, jetzt. Pt? Wieso hat die dich denn jetzt runtergeschmissen? I don't get it. I don't know. Und jetzt? Ja, jetzt hab ich nicht getroffen. Warum? Ah, da kommen die Nächsten. Puh! Aber wie immer wieder welche rauskommen. Ja! Fliegen sie über mir. Aber die tun mir nix. Bin ich gut. Jetzt gehen sie wieder um Pt. War ja klar. Okay, jetzt hätten die mich. Komisch. Weil die machen keinen Schaden. Ja, ja, genau. Das hab ich bei mir auch gerade gemerkt. Die fliegen über dir, aber... Die stechen dich nicht. Das nervt trotzdem irgendwie. Wie viel Leben hat das Ding denn jetzt noch? Irgendwie... Au. 1300. Fünfmal noch schießen oder so. Alter. Aber jetzt ist doch jetzt mal genug hier. Willst du meine Rifle haben? Das sind doch mehr von mehr als drei Wellen. Alles gut. Ich glaub zwei Schüsse noch. Das ist eigentlich noch ein. Achtung. Aber ich glaub da sind zwei ineinandergepackt. Ach so, mal wieder. Einer ist kaputt gegangen. Da ist sie. Die Bienenkönigin ist da. Ja. Alter, Pt. Was machst du denn? Komm mal her. Chaos. Wo ist sie denn? Hinter dem Beehive. Ich weiß nicht, ob du da so dran kommst. Müsstest du mal gucken. Ähm, du schwebst mir in der Luft. Hä? Valve? Ja? Lebst du noch? Ist alles okay? Ja, ich steh hier. Du stehst sehr seltsam. Ach, du fliegst so. Oh mein Gott. Okay, muss ich die auf Null legen? Lol. Was ist das denn? Komischer Bug. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie kommst oder dran an die Biene? Die ist halt jetzt hier hintergepackt, weil hier noch zwei weitere Beehives sind. Ähm. Au. Nee. Ich komm nicht dran. Nee. Au. Kannst du die mal wegmachen, ne? Versuch's gerade, aber ich treff die nicht. Jetzt geht die wieder auf den Pt, ne? Ja. Ach, warte mal. Direkt runtergeschmissen, der Sausack. Jetzt ist sie weg. Ich kann nur Honig sammeln. Kannst du, äh, höher klettern? Mit Foundations? Warte mal, neun. Hm. Ah, das war dumm. Ja, wenn du über die kommst. Warte mal. Kacke, dass sie da reingepackt ist. Dann müssen wir den anderen auch noch wegmachen. Vielleicht haben wir dann sogar noch zwei. Ich kann nur Honig sammeln. Honig sammeln. Honig sammeln. Honig sammeln. Das sind drei. Dann lass uns mal. Das sind drei in einem. Ne, das sind nur die, äh, kleinen. Oder? Ja, das sind die kleinen. Ja, aber wenn wir... Warte mal, von hier vielleicht? Von der Seite? Die kommt da halt nicht raus. Wir müssen... Erst den anderen Beachstatt wegmachen. Aber ich hab jetzt Angst, dass die halt, äh, dass wir die jetzt beschießen ausgesehen. Ne, ich schieß von unten auf dem Beachstatt drauf. Ich glaub, das sind wieder vier Stück in einem, oder so. Irgendwie sowas. Also wenn du hier unten hinschießt, ne? Ja. Hier, wo ich vorstehe. Da ist dann safe. Da triffst du dich nicht. Ah, okay, gut. Dann müsstest du da mit drauf schießen. Ja. Unten? Was die laut, ey. Ja. Ich hab' ich vertreten? Nee, aber nicht. Ja, genau da. Keine Munition mehr. Mal schon mal mit teilen. Ne, ist schon... Oh, Alter. Daher. Boah, ist die laut. Oh, shit. Ist wie so'n... Helikopter. Ja. Wieso macht deine so viel damage? Ich wollte davon Blutwind. Das ist einfach nur ne ganz normale Rifle, äh, und die hab' ich halt hoch bis, äh, überragend. Aber du kannst hier gar nicht Blutwind machen. Die müsst ihr da ja auf jeden Fall wechseln. Sind das zwei? Wenn da zwei sind, ist das geil, dann... Hab' ich doch grad gesagt, das sind... Achso! Meins Bienen. Äh, die... ...Wild... ...Wild Giant B. Die obere. Da sind zwei übereinandergebackt von den... Oh mein Gott, geil. Deswegen waren das so viele. Ach, da fliegt sie. Wo? Das musst du holen. Ah! Ich hab' kein Bugrappeland. Fuck. Ich hab' auch keins mehr. Fuck it. Ich bin grad noch gelähmt. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, ich... Den falle ich nicht. Ich kann ihn nicht nehmen. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Lass mich in Ruhe, ich bin gleich tot. Wenn's so weiter geht. Ich hab' kein Bugrappeland mehr. Komm mal zurück. Lauf mal zurück. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich kann sie nicht aufheben. Hast du noch Bugrappeland dabei? Nein, leider nicht mehr. Das ist ja das Problem. Ähm... Flieg hier mal mit dem PT hinterher, dass du da dann rauf kannst. Ja. Ich kann sie nicht aufheben. Muss ich die Blumen in Null? Ja, wahrscheinlich wegen dem Bugrappeland, oder? Hä? Muss ich die Blumen? Ich glaube wegen dem Bugrappeland. Könnt ihr ihr hinterher fliegen? Vielleicht backt sie sich ja irgendwo fest. Wenn du dann noch mal äh... Rappeland holst, oder ich hole eben. Ja, ähm... Dann krabbel du ihr hinterher mit dem PT. Ja. Und versuch, dass sie nicht stirbt. Oh, jetzt hat's wieder die Biene ausgeschissen. Ja. Fünfmal Rappeland. Ups, ist der Netz doch da unten. Danke. Ich hör' sie, aber ich seh' sie nicht. Äh, hier unten beim Wasser. Jetzt hat... Warum ist die jetzt schon wieder... Wo ist sie hin? Oben wieder. Die ist nach oben geflogen, ja? Wieso fliegt die denn jetzt so dumm da herum? Ich seh' die gar nicht. Sie seh' sie unten wieder. Sie ist unten. Ich komm. Ich bin blind. Hab sie. Echt? Ja, hab sie. Ach, nice. Hab sie eingesammelt. Okay. Gut. Kannst du mich nach oben? Kannst du mich nach oben ab? Mit meinem PT. Ich hab nur eine Biene, also eine Blue, gefressen. Oh, das ist gut. Können wir ein paar mehr machen. Ja. Okay, dann gucken wir da vorne nochmal. Ja. Und nämlich noch ein Bienennest. So, da unten was. PT, ist das dein Ernst? Oh ja. Mach ich da nicht hoch. Einfach fliegen. Okay, da kommt nichts raus. Aber ich glaub, da waren wieder mehrere. Na. Puh. Wie viel? Sag ich doch, das sind viel mehrere. What the hell? Alle übereinandergebackt. Ja, hier vorne ist auf jeden Fall auch noch einer. Bei dem Wasserfall. Ja. Moment, ich sammle kurz die Leiter ein. Dann gehen wir da mal hin. Kurz die Krempe zusammenpacken. Sind hier irgendwelche Tiere? Sieht nicht so aus. Wo war's? Wo bist du? Äh, einfach den Fluss hochfliegen. Hoch. Aus dem Wasserfall. Okay. Ach, da unten. Brauchst du, äh... Wummsdings? Zu hochklettern? Scheint nicht zu passieren. Klappt wohl nicht. Wieder einer, der verwackt ist. Ja. Ja, oder einfach leer. Kann aus sein, dass die leer sind. Mach ich den wieder weg? Ja. Dann suchen wir noch einen. Ja. Der war leer. Okay, wo können wir denn noch hinfliegen? Fliegen wir hier unten lang und dann nach rechts? Ja. Oh, da steht jetzt gerne mal nach... Hier ist noch einer. In le Ecke. Ganz schön dunkel hier. Oh ja. Nee, auch nix. Klappt auch nicht, ne? Nee. Dann machen wir den auch weg. Schade. Wenn die nicht respawn... Oh, hier ist noch ein Bienen, der ist bei dir. Da, wo dein... Äh, Tor stand. Ah. Ganz unten. Nice. Okay, ich konzentriere. Was wird denn hier angegriffen? Ah. Kackfliegen, ne? Ja. Ameisen. Oder... Titanmürmer. Aber die geben gute Chitin. Chitin. Und Fleisch. Tee. Ja. Das gute alte Fleisch... Oh shit, da muss ich... Bleifarmen. Fleisch. Auf dem Surfer Fleischfarm. Ja. Da oben. Hast du so viel dabei? Nein. Da kommt nix raus. Ah. Why? Ach, kacke. Ach, jetzt ist noch die Leiter verpackt. Deck mich doch im Arsch. Tschüss. Wie high. Okay. Der Rest ist respawned. Ja, guck bitte. Nein. Und... Wo war das? Hier? Ne, auch nicht. Bis jetzt. Auch nicht. Verb. Ich weiß, wo in der Stadt noch Beehives sind. Okay. Dann ab. In die Stadt. Ach, da bist du doch. Hinter dir. Hier oben. Ach, eins hoch. Guck mal, ob das funktioniert. Ach, da oben. Ne, auch nicht. Kommt wieder nix. Ist doch doof. Aber da ist noch einer. Schieß mal drauf. Ach so. Da sind wieder mehrere aneinander. Okay. Na, können wir wegmachen. Dann hier müssen wir komplett einmal drumherum fliegen. Sind immer versteckt irgendwo welche. Auch ganz oben. Ganz oben? Mhm. Aber so wie es aussieht, heute nicht. Ne. Gibt ja Angst, da zu machen, ne? Oh doch, das geht. Hier ist auch noch einer. Ach, kacke. Ja, ich kann sie einpacken. Oh, geil. Ja, warum denn nicht? Bist du? Dann komm ich zu dir. Kommt da was raus. Da unter dir. Na genau. Und? Nö. Kommt nix raus. Doch, da kommt was raus. Autsch. Oh, dann hab ich's nicht gesehen. Ja. Oh, die verrecken ja. Ja, weil die zu weit weg sind vom Binnstock. Ach cool. Hä? 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 Ach, da ist er. Ach, da ist er ja. Oh, die ist lila. Oh mein Gott. Lila, grün, orange. Mie, 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 mie. Saved, saved. Ja, ja. Kannst du haben. Aber wie komme ich jetzt da dran? Aber die fliegt nicht. Kannst du mich grabben? Ja. Grab me, bitch. Nee, nee. Ich fall runter. Hast du hohe Kleider? Ich hab'n Bug. Oh ja, oh mein Gott. Ich bin ganz unten. Aber ich konnte nicht eh drücken. Ich probier's einfach nochmal. Komm, da war gar nicht dran. Noch? Nee. Oh. Ich bin runter. Gefallen. Ja, ich auch. Oh, fuck. Oh, okay. Oh, fuck. Zu weit unten. So tot? Nee, ich flieg die ganze... Ich flieg normal runter. Mann, wieso kann man da nicht hochfliegen? Wo bist du? Ja, ich komm zu dir runter. Ach, da. Ich komm... Nee, wir haben da so'n Baumstamm im Weg. Ja, ich komm auch nicht dran. Musst du in deinem PT? Da. Da. Steht dir. Äh, wo ist die hin? Ja, die musst du ganz nah rangehen. Ach, jetzt. Ja. Ja, kann man sich da irgendwie... Wir müssen uns da irgendwie hochbauen oder so. Ach, ein Quetz. Der Quetz. Wir brauchen den Quetz. Dann bleib ich hier stehen. Bin ich despawnd? Ja. Oder willst du hier stehen bleiben? Ich kann auch stehen bleiben. Holst grad den Quetz. Willst du... Oh, gucken, ob das funktioniert. Da da da. Da da da. That's amore. Nee. Zu weit weg. Ah! Ich flieg runter. Vielleicht komm ich dran. Na? Komm on. Ein, zwei Meter noch. Das gibt's doch nicht. Wurde ich runtergeschmissen von den Viechern? Na komm. Ah ja, ist okay. Komm ich denn nicht noch einen Meter näher dran? Please. Okay. Ja, so ist gut. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Kann ich springen? Egal, dann flieg nochmal runter. Mal eben hier die ganzen Bienen wegmachen. Ja. Du, der arme Quetz. Also ich stehe hier unten noch, ne? Ach, stirbt doch alle. Ihr seid doch nur Level 5. Das sieht von unten so geil aus. Ah, ein Stückchen hoch noch. Ja, genauso. Ja. Werd' halt die ganze Zeit runtergeschmissen. Ah, Mann. Hör auf zu spucken. Giant B Level 5. Hupst nicht noch mehr aus. Da komm ich nicht gegen an. Darf ich jetzt nach unten fliegen? Ein Pferd. Oh. Hallo, Pferd. Ich lege zu viel. Ja, ich stehe halt jetzt die ganze Zeit hier unten. Ah, jetzt ist Ruhe hier. So, halt Poff. So, dann komm mal her. Tschüss. Ah. Dann probieren wir es nochmal. Ja. Irgendwie müssen wir Diabo kriegen. Wär nicht sein. Wenn wir die Plattform hätten, glaube ich, wäre das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Warte mal. Lass mich mal vorne auf den Kopf. Meinst du, das geht? Ja, aber ich muss ja mit dem Kopf reinfliegen. Oder? Wo ist das Kackvieh? Hier, bei mir, bei mir. Ich geh trocken. Hab sie. Versuch mal. Warte, ich flicke eben hier drüber. Versuch mal, um den Kopf zu gehen. Das ist schon wieder einer irgendwo. Achso. Oh, ist gefährlich, ne? Fällst du sie wieder runter. Ja, ich flicke den Gleiter. Ja. So? Ja. Äh, äh, ich bagge voll da drauf rum. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ne. Oh, Mann, ey. Das ist saukomisch. Ah, warte mal, ich bin jetzt über ihr. Na? Ich kann sie nicht benut- Also, ich kann sie nicht, äh... Ich kann sie nicht füttern. Ich bin ganz nah dran. Ja, ich kann sie aber auch nicht füttern. Oh, come on, ist doch... Ja, super. Jetzt bin ich dran. Quetz, komm mit. Quetz. Komm, beweg dich. Komm. Oh, ne. Doch runter. Komm. Nein. Jetzt. Ja. Hä, und war dat denn? Ich war das. Auf den Dodo? Ja, ich hab Dodo geschlagen. Äh. Okay, wie kriegen wir die da weg? Können wir die eventuell einmal schlagen? Kann man die grabben? Ne, ne? Ne. Die kriegt man jetzt gar... Wie viel Leben hat das Viech denn? 136. Das ist nix. Maybe einmal schlagen. Okay. Das haut die dann ab. Ne, ich bin schon wieder runtergeflogen. Alles gibt's doch nicht. Hallo, Gleiter. Gott. Also der Gleiter ist auch verbuggt, ne? Au, ich hab kein Simulant mehr. Weshalb sind die so aggressiv bei mir? Ich hab noch drei Stück. Meins ist aber auch gleich fertig. Mein Gott. Ihr seid so aggressiv. Komm. Geht weg. Stirb. Wir dat suchen wir einen anderen. Ich mein, wir haben ja jetzt schon zwei und dann gucken wir halt dann nochmal. Ja, aber die ist hübsch. Sagst du. Ja. Also holen wir uns die. Ob wann kann man die Quetzplattform bauen? 97. Oh Gott. Was bist du? Ich bin 92. Oh, jetzt muss ich weg. Die hat meine Röschen kaputt gemacht. Oh krass. Okay, dann komm runter. Oh nein, mein Gleiter. Nein. Nein, Mensch. Scheiße. Ich wollte eigentlich jumpen, weil ich dachte, okay, dann geh ich mit dem Gleiter weg. Ja, egal. Soll ich denn die Sachen mitnehmen, oder? Naja, alles gut. Ich komm mit dem P.T. rum. Toll, jetzt haben die meinen Gleiter kaputt gemacht. Musst mir eben eine neue Rüstung craften. Scheiße, Mann. Mann, 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 diese Viecher. Jetzt ist ja auch noch ein Dingsen, äh. Ja. Ach ja. Warum kann ich denn keine Hose machen? Brauch mehr Heid. Mein Dings ist aber auch fast kaputt, mein Oberteil mit dem Gleiter. Muss ich auch mal wieder neu machen. Wie kriegt man die Sau jetzt? Jetzt halt will ich schon wieder knuddeln. Ach kacke, stimmt. Ich hab ja auch noch meinen. Alles wird vergessen. Ja. Die Bienen sind wichtiger. Nee, aber ich würd sagen, wir machen dann... Wollen wir eine Folgenpause machen? Jo, würd ich sagen. Ja. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt lösen, das Problem. Äh, aber wir haben ja mindestens eine Biene haben wir ja geschafft. Und, äh, ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Und, äh, ja. Bis zur nächsten Folge. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Vielen Dank.